und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge mein test so hier müssen die erde füllen petruschka da kommt auch was da rein hier kommt wieder saun das heißt wir brauchen hier wieder da und und auch auch Ah, alle gutten. So. oh mein gott und dann müssen wir noch alle felder pflügen das wird ein spaß so etwas wasser rein gott für dunkel leider sind wir jetzt nicht mehr atmen also dürfen wir uns nicht mehr feststellen aber wir machen schnell noch die wasserdinger fertig und dann können wir trotzdem ins Bett verschwinden was wir schon hier sind alle fällt mit wasser befüllt die liebe sonne verlassen mich nicht sonst scheiße ich dir in der dummes gesicht was wo ist denn der weg hin eigentlich im weg wieso ist der weg weg ach ja weil wir das ja in dem gleis nicht mehr machen konnten mit dem ja gut ok das ist ja blöd von untergang ich habe schon wieder hier jetzt fußtapfen irgendwo jetzt ist doch nachts verdammt nochmal lass mich pennen lass mich pennen du arsch ooooh außer wenn du jetzt wo ich schlafen gehen möchte ist jemand auf den spielberg getreten das ist doch nicht wahr das ist doch ein mobbing guter junge wie dunkel muss er noch werden vielleicht kommt der nächste spieler on bitte los lass mich schlafen lass mich schlafen lass mich schlafen lass mich schlafen das ist doch nicht wahr ja der muss ja wirklich wer wirklich mal warten bis die sonne komplett weg ist oder was ja stell dir mal vor mal will ich verarschen ja super stell dir mal vor man könnte im echten nur schlafen wenn es dunkel ist draußen viel spaß im sommer wenn es nur so zwei stunden dunkel ist oh man ey er kriegt die krise ich glaube ich muss die bad mod anpassen dass man jederzeit schlafen kann denn das ist deprimierend so er ist natürlich nur ein von zwei spielern bett das ist doch kacke ja war das klar oder war das klar ich möchte sterben jetzt lass mich jetzt in die badewanne und lass das wasser laufen ja juhu oh mein gott die welt hat mich wieder ich will mal quer über die schienen laufen easy so frühstück essen hier ok wir brauchen das wir brauchen äh ne eigentlich doch ein bisschen Erde brauchen wir ja na gut fühlt sich recht wahrscheinlich nicht aus ähm wir brauchen wir haben gar keine Hau dabei ok interesting wir haben auch gar keine äh gar keine Gatter dabei gut vorbei die können wir mal die können wir uns bauen gut na hoke war auch wollte auch einfach aus holz machen ist ja eh extrem hoher verschleift von daher scheiß auf ähm hier vorne fehlt by the way noch noch die wege und ja sie bleiben braun sie werden nicht mehr grün sehr geil das ist doch schon mal ein voller erfolg zack du w 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 so jetzt machen wir besser erst mal die haus hat 20 sollten erreichen oder das ist wahrscheinlich ein bisschen zu optimistisch ich mach mal so weiter runter gehen vor gott ok 20 war wirklich optimistisch im leben nicht alter direkt ja für gar nichts was los mit den dingern alter ist ja krank das krank ist das wir brauchen mehr als vier stück für einfällt auf der anderen seite dadurch dass wir weniger als fünf brauchen reichen 20 doch aus aber ja da ist schon eine menge holz so 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 Wie ist es eigentlich, wenn wir auf einen Block mehr mal draufklicken? Ne, passt gar nichts, okay. Ich dachte, dann wird das Werkzeug vielleicht auch abgenutzt. Sieht schon echt schnick aus. Das wäre natürlich ein bisschen geiler, wenn man diese Blöcke umführtieren könnte, sodass diese Wasserstreifen so gehen. Ich meine, so geht es eigentlich auch. Ja doch, so geht es eigentlich auch. Whatever. Whatever. So, wir müssen nur noch gucken, ob wir Pfeffer herbekommen, ne? Denn Pfeffer ist das einzige, was uns noch so ein bisschen fehlt. Ist das ein Verschleiß, ey. So, wie viel brauchen wir noch? Ich mach mal erst mal drei. Ja, sehr gut. Hey. Ah ne, drei Reiche nicht. Da wären genau sechs Filter übrig. Das ist doch schon eine Verarsche hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sag ich so. Ah, probieren wir jetzt nochmal eine neue Spitze. Das ist so kacke. Was soll's? Ist das so? So. Da sind die Felder an sich schon mal fertig. Ah, das wurde überhaupt nicht lange gedauert. Oh Manni. So. Das heißt, jetzt können wir die Umzeugung machen. Achso, wir brauchen noch Gatter. Äh. Da brauchen wir, wir brauchen vier Gatter. Okay. Gatter war ja... So, ne? Ne, das soll's schon. Also genau andersrum. Na, vor allem bekommt man immer nur eins, ne? Ja. Den wir schon. Jetzt reicht das natürlich nicht mehr. Ach, leg mich doch am Arsch. Sind doch alle krank. Die kranken Bastarde. So. Okay. Das ist genau wo... Ja, ne, die Strukturierung. Genau, für nach innen. Ja. 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 12 Mal. 28 Mal. Und, ah. Ja, jetzt haben wir mal die Kiesgegel. lassen? Nee, ne? Nee, ich kenne den Kies mal raus. Macht ja eh keinen Sinn an der Stelle, weil der Weg eh unterbrochen ist da hinten. Von daher. Ist das dritte auch noch Kies? Nö. Oh, aber Erde. So. Okidoki. Dann. Ich glaub das heute reichen gar nicht, kann das sein? Ah, wir brauchen noch 10 Zäune. Haben wir noch welche? Nee, ne? Ne. Ah, genau. Ok, 10 Zäune. Das müsste man auch hinbekommen. Aber doch nicht. Fast. So. Da sind die Fälle fertig. Juhu. Ähm. Ich überleg grad eigentlich, können wir die Kiste sogar wirklich hier vorne hinstellen, damit wir hier direkt bei den Beeten mal so eine Kiste haben, für was auch immer. So, I don't know. Äh. Sieht schon richtig aus wie so ein kleiner Garten hier. Umgeben von Bäumen auf beiden Seiten. Sehr schnieke. Jetzt ist hier wenigstens auch diese kahle Fläche endlich mal weg. Hat euch immer ein bisschen gestört. Also jetzt nicht so richtig, weil ne? Ein bisschen offenes Terrain ist ja auch nicht so verkehrt. Aber so ist es trotzdem noch schöner. Passt gar nicht alles in mir rein. Danke dafür. Ähm. So, packen wir das ganze hier. Kleine Ratsch mal da oben rein. Damit wir die Kiste wegnehmen können. Und guck euch mal, wie es aussieht, wenn wir die vorne hier einfach hin klatschen. Entweder hier direkt ran. So. Ne, das ist mir doch ein bisschen zu nah. Dann also lieber doch so hier. Ja, so, 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 so ist schon besser aus. Die Frage ist, machen wir ja hier noch so ein bisschen Stein hin, damit man hier so eine kleine Gehfläche hat. Ähm. Können wir solche Kies benutzen? Näh. Das sieht so ulkig aus. Können, kann man schon, sieht schon eher nach was aus, aber, ich glaub ich mach da einfach nur, einfach nur er den. Ja, doch, das kann man machen. Das kann man machen. Okay. Ja, weil ich ja auch so eine Erdtrampelpfad. Von daher passt es hier dann doch am ehesten dazu. Aber okay. Gut, dann bringen wir mal den ganzen Kribbeln nach Hause. Ähm, und dann gucken wir mal, ob wir, ja, wo wir jetzt eigentlich Pfeffer herbekommen. Das ist auch nur eine Kiste. Alter, wie, warum haben wir so viele Regenbogenäxte gebaut? Alter, was ist denn? Für diese komischen Notebreaker, die wir da hingeklatscht haben, hätten noch Holzäxte voll ausgereicht. Warum haben wir so viele Weightboard-Dinger gebaut? War das schon wieder irgendjemand besoffen oder so? Das kriegst du ja, Alter. Schande. 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 So, ja, alles voll. Scheiße, ich wandern. Hier ist am ehesten Platz, dann machen wir hier noch etwas rein. Schande. 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 Aber wobei die angefangen, die nehme ich lieber mit. Achso. Schande. 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 So, das ist schon mal Platz im Event da. Schande. 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 Machen wir das! So, also Blätter. ja kann man so machen so okay achso die dinge haben wir ja auch noch hier drin kohle ach ja hier ist ja auch noch was ist das hier eigentlich was hat sich herausgenommen gehabt weil der dinger komplett voll war ja gut apropos ganz schön voll 94 prozent das ist nicht gut wir müssen ich glaube wir wir wollen noch mal ein paar upgrades ein paar 13 erst mal hier war mit dem wetter aufräumen du noch da du noch da und futter gären wir können ok und btw guys nicht mit dem So. So. Äh. Genau. Ich glaube wir wollen jetzt ein paar Upgrades. Irgendwie. Oh. Verdammt. Ist auch noch was oder? Oh. 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 Äh. ganzen sack voll scheiße 13 wir bräuchten drei pro stück 1 2 3 4 6 12 13 das wäre 29 30 30 upgrades kosten echten arsch voll 116 mal mit real wie viel brauchen wir brauchen 39 upgrades das heißt 156 brauchen wir 150 mit real abgarten mit 20 gerechnet aber mit 30 upgrades aber für 40 upgrades 39 um genau zu sein also 160 mit real also der ganze blöcke brauchen wir nicht so viel von wir haben so viel so aber schon mal das mit real dann brauchen wir massig stecker haben wir auch schon viele sehr gut dann brauchen wir upgrade dann war oder 14 aber noch ein paar mehr für die upgrade braucht vakis brauchen wir auch wieder stärker aber okay ich mir mal vier das heißt brauchen 39 upgrades 25 für zwei mal schon und 25 upgrades das wären also noch mal 200 stöcker und 200 fast 25 davon haben wir noch irgendwelche tun wir müssen welche bauen gut dann heißt das wir brauchen definitiv mehr holz dann packe ich mir mal ganz kurz damit wir das auf dem schirm haben von unserem komischen staff vorrat hier mal ein paar spitzhacken da werden wir nämlich nachher mal ein paar bäume fällen unsere schön großen mammutbäume haben wir wieder schön viel holz mit dem man sieht sogar von hier aus das geil so brauchen wir erstmal kisten für 25 kisten brauchen war und noch ganz viel haus dazu und noch ganz viel haus dazu boah alter äh da ach mach ich machen wir jetzt nächste folge bis dann her 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 Vielen Dank.